So, das ist das geile Teil. Das ist tatsächlich eine Yamaha, eine 1100er. Eine Virago, eine Virago 1100er Yamaha. Okay, keine Ahnung, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ja, 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 Leute, was geht ab? Euer Harz war da hier am Start. Oh Mann, wie geil ist das denn, Alter? Harz, ich fährt gerade eine Shopper. Aber, ohne Witz, dieser Sitz ist wie eine Couch, Mann. Ich sitze sowas von bequem. Das ist natürlich jetzt kein Ding zum Rasen, sondern wirklich zum Cruisen. Das merkt man auch schon an den Fahrwerkeigenschaften, dass das Ding nicht zum Schnellfahren gebaut wurde. Aber mega gemütlich auf jeden Fall. Alle Shopperfahrer werden mich wahrscheinlich komisch angucken oder alle Menschen werden mich komisch angucken. Dann guckt mal in den Spiegel. Ich habe meinen Cross-Helm auf und meine Lederkombi an. Jawoll, Junge. Aber das ist richtig cool, Mann. Hätte ich nie gedacht. Aber auch in den Korven, das finde ich das geil. Aber ich setze jetzt schon mit meinen Schuhen auf. Jetzt, jetzt setze ich auf. Ich setze auf mit meinen Schuhen, mit dem Hacken hinten. Ich habe doch keine Korvenlage. Aber ohne Witz. Das Ding lässt sich fahren wie so ein Schiff. Ich halte gleich mal an und dann zeige ich euch das Moppet mal von außen. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, was das überhaupt für ein Motorrad ist. Ich weiß nicht mal die Marke davon. Das Motorrad gehört Axel, sein Vater. Der hat erst so ein Zweitmotorrad. Wo hält man denn am besten an? So, hier halten wir mal an. Ich würde aber mal einfach grob tippen jetzt, dass es eine Yamaha ist. Jetzt mal, bin ich jetzt im... Nee, ich bin glaube ich im ersten... Ah, jetzt haben wir einen Neutralengang drin. So, das ist das geile Teil. Ja, ist tatsächlich eine Yamaha, eine 1100er. Eine Virago, eine Virago 1100er Yamaha. Okay, keine Ahnung, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Diese Koffer sind ja schon mega geil da dran. Und dann hier hinten für den Sozius. Richtig geil, sogar eine Rückenlehne, ey. Hätte ich niemals gedacht, dass sich das Ding so krass fahren lässt. Das sieht schon cool aus. Sound-Probe mal. Ja, geht. Geht. So, jetzt fahren wir da wieder hoch. Wie gesagt, es wird nur ein kurzer Vlog mit der Shopper hier. Denn die anderen warten da oben alle. Aber ich habe gedacht, ihr freut euch bestimmt, wenn Hartz hier mal einen Shopper-Vlog macht. Junge. Ach so, ich wollte meine Füße hier hinten hin machen, aber ich muss sie hier vorne hin machen. Aber die geht echt mega gut ab, ey. Aber wie gesagt, es ist wirklich ein Motorrad zum Cruisen. Also wirklich jetzt 80 kmh. Bisschen die Landschaft angucken. Und das war's auch. Aber wenn ihr jetzt alle sagt, ey Hartz, wir wollen mehr Shopper-Vlogs. Und auch mal in der Stadt mit der Shopper. Dann müsst ihr es unten in die Kommentare reinschreiben. Dann kann ich ja den Axel mal fragen, ob ich vielleicht das Moped irgendwo nochmal haben könnte. Ich gebe ihn einfach mal zum Tauschstellen, die SMCR zum Fahren. Und dann würde ich einfach mal an der einen Tag so mal ein paar Shopper-Vlogs machen in der Stadt. Man merkt so richtig, dass man so richtig Bullen durch die Kurven schiebt hier. Ich will gar nicht wissen, was das Teil wiegt. Aber die Sitzbank ist das geilste an dem Motorrad überhaupt. Die ist sowas von bequem. Echt, das ist Wahnsinn. Die Sitzbank ist aber auch übelst riesig. Die Sitzbank ist ja vier oder fünfmal so groß wie bei der RR. So, nicht zu schnell hier in die Kurve. Wow, Alter, ich setze sie jetzt schon auf. Soll ich aufpassen. Könnt ihr es da unten sehen? Guck mal, da ist echt nicht viel Platz. Dann werden wir noch ein bisschen Stoff geben hier. Die haben sich gerade auch gedacht so, hä, sind wir am falschen Film? Wow, 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 ein bisschen langsamer. Die haben sich gerade auch gedacht, da sind wir am falschen Film. Ja, okay, das ist jetzt auch keine gewöhnliche Bekleidung zum Shopperfahren, die ich dann habe. So, Leute, das, wie gesagt, es war nur ein kurzer Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr unbedingt mehr Shoppervlogs wollt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Dann kann ich das bestimmt auch irgendwie organisieren, dass Hartz immer öfter Shopper fährt. Weil wir da stehen und lachen. Junge, das Ding lässt sich fahren wie eine Couch, Junge. Also richtig geil, Mann. Ohne Witz, warum willst du aber nicht fahren? Das ist doch richtig geil, das Teil. Macht ja auch Spaß. Es ist halt nur ein bisschen langsam. Alter, die hat auch ordentlich Power, finde ich. Also schlecht abgehend tut die nicht? Ja, das wird es nicht, aber... Was, Junge? Also das ist aber auch nicht so, dass das Ding steht. Nein, das wird es nicht. Wenn du begeistert bist, dann marschiert die auch schon ein bisschen nach vorn. Ja, das merkst du. Ach, guck mal, wie wenig runter. Ja, krass. Ich finde, die lässt sich richtig krass durch die Kurven fahren. Du kannst aber keine Kurvenlage machen. Nee. Aber sonst... Guck mal, komm, komm, spät, ne? Hä? Guck mal, komm, spät. Ja, aber... Ich habe mega Couch hier, ey.